Moinsen Freunde der Sonne bei YouTube. Wir haben heute mal wieder einen fantastischen Gast im Dizzycast. Auch mal wieder einen Gast, den ich erstmal ein bisschen kennenlernen musste. Es gab noch nicht viele Berührungspunkte. Ich denke, dieser Berührungspunkt wird nochmal zur Sprache kommen. Aber wir haben heute, könnte man schon, man könnte ja schon fast Juniorstar sagen. Ja, so ungefähr, ja vielleicht. Oh, aber bescheiden ist er auch noch. Finde ich gut, finde ich gut. Und Henrik Gambal, auch bekannt unter Gambal, bei mir bekannt unter der kleine Schreihals, aber irgendwie auch nicht mehr. Ja, das hat sich, denke ich mal, über die Jahre gelegt. Ich bin ja quasi in die Twitch-Szene mit, glaube ich, schon 15 oder so damals, 2020, zur Pandemie-Zeit, bei Jan Biermann in den Stream. Und da hat sich das irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Und das hat sich dann quasi so ein bisschen über die Jahre entwickelt. Und wenn man zum Beispiel noch, vielleicht kennst du das, irgendwie so etwas jünger ist, imitiert man vielleicht gerne andere Leute oder was auch immer, frag mich bitte nicht. Und dann ist das vielleicht ein bisschen mit dem Schreihals, sage ich mal, damals zu meinem Motiv geworden. Aber ja, das haben wir irgendwie ein bisschen abgelegt. Es hat mich schon gewundert, also jedes Mal, wenn ich jetzt aus Versehen mal eine Compilation von dir sehe, also wo du auch drinne bist, ist das sehr ruhig geworden. Ja, wie gesagt, ab und zu vielleicht bei manchen gewissen Situationen werde ich vielleicht doch nochmal hier und da etwas lauter, aber dann kommen ja andere Begriffe zur Verwendung, welche ich mir dann irgendwie zusammenreime, abgesehen von den üblichen, die man am besten auf Twitch nicht sagt. Ah ja, du, aber wir sind schon quasi mittendrin. Vielleicht magst du dich kurz mal so in zwei, drei, vier, fünf Sätzen vorstellen, dass die Leute, die dich nicht kennen, erstmal wissen, mit wem wir hier überhaupt reden. Ja, ich bin der Henrik Gamberl. Ich streame auf Twitch unter Henrik Gamberl. Ich bin 19 Jahre jung, mache das jetzt hier schon mit dem Simracing auf ACC-Ebene seit 2020 und ja, bin mehr oder weniger im E-Sports-Bereich dabei, hier und da mal, schaue ich ab und zu rein. Hat sich dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr gelegt durch mein Abitur, aber da das jetzt überstanden ist, bin ich da, denke ich mal, bald auch wieder ein bisschen mehr vertreten. Wenn denn deine Hand wieder heil ist. Das ist auch richtig, da habe ich ja schöne Angewohnheiten damals, wann war das? Letztes Jahr habe ich mir den kleinen Finger gebrochen, jetzt hatte ich einen Riss im Band, die andere Hand, also immer schön im Wechsel, damit sich das auch irgendwie ausgleicht. Wieder eine Pause hilft natürlich nicht, um im Game zu bleiben und auch das Niveau zu halten, aber da muss man sich halt wieder rankämpfen. Alrighty, wo du jetzt rankämpfen sagst, du bist ja noch sehr jung, könnte man sagen. Also jetzt, wenn wir beide haben jetzt schon einen etwas größeren Altersunterschied, wann hast du denn damit angefangen? Wenn ich darauf zurückblicke, kann ich dann sagen, dass ich quasi schon mit sechs oder sieben Jahren angefangen habe. Okay. Damals Grand Prix 4, werden vielleicht denn der ein oder andere Zuschauer von dir bestimmt kennen. Ja. Damals auf dem PC. Das lief dann quasi so ab, dass wir damals schon, ich glaube, so das allererste Force Feedback-Lenkrad oder was auch immer das war. Das war, glaube ich, von Thrustmaster. Ja, da habe ich mich quasi immer auf den Schoß von meinem Papa gesetzt. Das Lenkrad war dann quasi am Schreibtisch befestigt und dann haben wir da halt eine Runde gedreht. Mein Vater hat alles an den Pedalen gemacht und ich habe so das Lenkrad bewegt. Und von dann hat sich das immer weiterentwickelt über die Konsole. Xbox 360 damals und die ganzen Games Forza Motorsport, Forza Horizon, Formula 1, das ganze übliche Zeug. Das hat sich dann weiterentwickelt zur Xbox One mit Assetto Corsa, Project Cars, diesem ganzen Zeug. Und dann kam 2019 endlich der Wechsel zum PC und auch der Start mit ACC. Und ich denke mal, der Rest ist so weit bekannt, was danach kam. Okay. Was ist denn danach gekommen? Na, ACC. Was soll ich sagen? Ich meine, hier und da fahre ich natürlich immer noch privat. Meistens immer nur AC oder andere Games. Hier und da mal vielleicht noch Limo Ultimate. War es jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeflacht. Ja, ich habe da eigentlich so keine präferierte Sim. Klar, ACC ist jetzt so quasi mein Main-Game. Da sind wir natürlich auch im E-Sports-Bereich unterwegs. Deswegen muss man dann natürlich eine gewisse Priorität drauflegen. Aber ich fahre eigentlich sehr viele Spiele gern. Es muss auch nicht so die Hardcore-Sim sein. So Formula 1 hat mir damals zum Beispiel 2020 auch noch sehr viel Spaß gemacht. Danach die Games, muss ich sagen, habe ich nicht mehr so gefeiert. 2021 habe ich selber noch gehabt und bin ein bisschen gefahren. Aber da hat sich das schon irgendwie so ein bisschen meh angefühlt. Danach habe ich wieder ein bisschen die Finger davon gelassen. Aber ansonsten irgendwie so ARM S2. Na gut, habe ich einmal, muss ich sagen, nur gespielt und danach irgendwie nie wieder. Raceroom kann ich mittlerweile irgendwie auch nicht mehr spielen auf meinem Rechner. Aber es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und AC, ja, AC fahre ich ja sehr, sehr gern. Immer privat. Und fahre da auch alle möglichen Autoklassen. Was machst du denn in AC? Einfach nur so für dich selber oder auch Multiplayer? Multiplayer weniger. Ich fahre dann vielleicht ab und zu mal hier Gamer-Massel. Kennst du vielleicht. Wenn er hier immer Livestreams macht und dann mit der Community fährt, da fahre ich vielleicht hier und da mal ein paar Rennen mit. Aber meistens fahre ich tatsächlich nur allein in AC rum mit allen möglichen Fahrzeugstreckenkombinationen. Ah, okay. Kennst du das, wo du da durch die Städte durchfährst und einfach cruisen kannst in AC? Ja, das kenne ich. Machst du sowas auch? Nee, eigentlich nicht. Ich habe es hier und da mal gemacht. Vielleicht hier so mit ein paar Freunden. Damals bei Rennwelten haben wir das ab und zu mal gemacht. Aber sonst, wie gesagt, fahre ich immer nur alleine im Singleplayer auf allen möglichen Strecken. Also würdest du schon sagen, du bist mehr so der Racer-Racer? Und selber cruisen ist nicht so? Nee. Hast du schon einen Führerschein? Ja. Fährst du selber auch viel? Äh, viel würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht die letzte Zeit ein bisschen mehr, aber da muss ich halt auch selber irgendwo rin kommen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich fahre sehr, sehr viel einfach mal so auf Spaß durch die Gegend. Wow. Ja, das ist eine Antwort, mit der hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also in deinem Alter, so als ich so in dem Alter war, war wirklich so dieses Rumcruisen OKF, also Ortskontrollfahrt, war so ein Ding. Mhm. Und dann auf dem Meckes-Parkplatz nochmal treffen. Ja, das hat jetzt vielleicht sogar, wie gesagt, die letzten paar Wochen hat es ein bisschen mehr zugenommen. Ich konnte halt nicht fahren wegen dem Finger und da habe ich mich hier und da mal öfter mit irgendwelchen Freunden getroffen. Da bin ich schon mal vielleicht hier und da sogar nachts ein bisschen rumgefahren auf irgendwelchen Parkplätzen. Man kennt das ja hier mit ein paar Freunden, ob man hier in Meckes ist, keine Ahnung. Aha. Aber sonst, äh, tatsächlich fahre ich gar nicht so viel, wenn es nicht sein muss. Okay. Wie viel fährst du denn in der Simso in der Woche? Da kann ich gar nichts sagen. Da bin ich wirklich, äh, auf gar nichts festgelegt. Es kann mal sein, dass ich gefühlt jeden Tag fahre und auch hier und da mal ein paar mehr Stunden oder weniger Stunden. Aber es sind auch definitiv mal irgendwelche Wochen damals dabei gewesen, wo ich zum Beispiel gar nicht gefahren bin. Da habe ich irgendwie kein festes Pensum. Also bist du schon relativ entspannt? Ja, jetzt nicht mehr. Da, wie gesagt, ich bin ja E-Sports-Fahrer, da hat man gewisse Anforderungen, die man auch irgendwie erfüllen muss. Da kann es halt auch nicht so x-beliebig gar nicht fahren. Das hat vielleicht damals noch funktioniert, aber mittlerweile funktioniert das halt nicht mehr bei der Leistungsdichte. Da muss man sich auch schon mal aufraffen und dann halt jeden Tag hier und da mal ein paar Stunden investieren. Zu Suzuki hatten wir ja zum Beispiel das allererste SO-Rennen. Da muss ich ja kurzfristig eingewechselt werden für Marco, der krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und da hatte ich dann quasi ein paar Tage Zeit, mich nur aufs Auto und auf die Strecke einzuschießen. Und da bin ich ja wirklich gefühlt jeden Tag mehrere Stunden gefahren. Aber wie gesagt, da habe ich überhaupt kein festes Pensum. Das ist immer, wie es gerade kommt. Wo siehst du dich so aktuell bei der Leistungsdichte? Um ehrlich zu sein, nicht weit vorne, nee. Ich habe mich auf jeden Fall früher, 2020 oder so, so pre 1.6, 1.5 oder was auch immer das für eine Version war. Aber da muss ich sagen, habe ich mich relativ weit vorne gesehen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch aus der Doku oder generell damals das Ingrid World Cup. 2021 oder 20 war das. Da habe ich mich sogar in einer Session auf SWAR damals, das ist ja quasi zu vergleichen mit der SWAR jetzt, habe ich mich irgendwie auf P1 oder 2 im regulären Quali qualifiziert und in der Superpol auf P5. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn ich das jetzt mit meiner Leistung heute vergleiche, bin ich auf jeden Fall definitiv, glaube ich, weiter weg als damals. Okay. Liegt das daran, dass du weniger fährst und dich so ein bisschen aufs Abi konzentriert hast oder denkst du einfach, dass bei dir nicht mehr drin ist? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob nicht mehr drin ist. Ich glaube, das kam einfach damals so. Mir kam das Fahren in dem Game, glaube ich, sehr gut entgegen. Und ab einem gewissen Punkt, ich glaube, da war es, glaube ich, 1.7 oder 8 damals, da kam, glaube ich, irgendwann so ein Punkt, wo es einfach nicht mehr so gut lief. Und da hat man sich natürlich wieder ein bisschen daraus befreit. Dann lief es auch wieder ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, es lief eigentlich von der Performance gegen die Konkurrenz nie irgendwie wieder so gut wie damals. Okay. Ja. Hast du jetzt so generell, also, wie ist das für dich als E-Sportler, wenn du das einschätzt? Was macht dir denn da am meisten Schwierigkeiten? So einfach das Verhalten, dass die Autos anders sind jetzt oder? Wie gesagt, damals habe ich mich tatsächlich gar nicht irgendwie schwer getan, irgendwelche verschiedenen Autos zu fahren und auch schnell zu bewegen. Ich meine, ich habe das immer noch, dass ich mich relativ schnell auf irgendeine Kombination und Strecke einschießen kann, relativ schnell und gut. Aber dann ist dann auch mittlerweile relativ schnell ein gewisses Limit erreicht, was dann irgendwie nicht mehr so leicht unterboten wird wie damals. Da habe ich mich damals auf jeden Fall viel, viel leichter getan. Da gab es quasi irgendwelche Rennen, wo ich mich gefühlt gar nicht darauf vorbereitet habe. Die Jungs sind dann ihr Setup herausgefahren und haben gesagt, ja, wie sieht es aus? Bist du überhaupt schon gefahren? Nö, gib mal kurz Setup. Bist hier fünf Runden gefahren, warst auf derselben Pace, bist dann wieder gegangen, bist dann das Rennen gefahren, lief super, alles top. Aber das funktioniert halt mittlerweile einfach gar nicht mehr. Ja, das Gefühl hatte ich auch seit letztes Jahr. Das, was du gerade beschreibst, nur, dass ich nicht auf deinem Level fahre. Aber so habe ich das auch irgendwann wahrgenommen, dass es schwieriger wurde, dass man das nicht mehr so machen kann. Ja, das ist auch mit dem TC-Off-Gedöns und dem ganzen anderen Quatsch. Da habe ich mich bis heute irgendwie noch nicht so mit angefreundet. Da bin ich auch immer der Meinung, dass das absoluter Quatsch ist und dass das auf jeden Fall eigentlich nicht sein sollte. Und da verlierst du halt auch vielleicht ein paar Zehntel immer, vielleicht nicht ein paar Zehntel, aber da ein paar Hundertzehntel, aber das summiert sich natürlich auch die Dauer. Und das ist halt so eine Sache, ja, man kann es halt schaffen. Ich habe es auch schon mir hier und da mal ein paar geschafft, aber es ist einfach absolut nervig, meiner Meinung nach. Ja, muss man mögen und muss man auch auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Enthusiasmus aufbringen, da drin zu bleiben und das zu üben. Auf jeden Fall, ja. Wenn man guckt, dass man im Regen TC-Null fährt, so, dann, okay. Ja, das ist aber teilweise auch echt komisch. Manchmal hast du ja das Gefühl, mit TC-Off hast du teilweise sogar bessere Traktionen als mit TC-1. Das hatten wir zum Beispiel auf Sasuka mit BMW. Teilweise TC-1 gefahren, das hat sich einfach schlechter fahren lassen als TC-Off. Das macht dann irgendwie auch keinen Sinn, aber es ist halt so. Hast du denn durch das viele Fahren jetzt so ein bisschen, ja, das Verständnis, dass du wirklich das instant fühlst, wenn du sowas machst? Also, bei mir beispielsweise würde es ehrlich gesagt nicht wirklich auffallen oder ich würde nicht auf die Idee kommen, das auszuprobieren. Naja, muss ich ehrlich gesagt haben, TC-Off kann ich gar nicht. Also, wenn ich so stumpf reingehe, kann ich das überhaupt nicht. Ich kann das teilweise auch nicht mal oder meistens nicht mal, wenn ich irgendwie mehrere Stunden und Tage fahren bin, weil es sich einfach richtig komisch fahren lässt. Ich meine, ich habe in anderen Spielen oder anderen Autos, die sowieso überhaupt keine Traktionskontrolle haben, habe ich mich viel leichter getan als zum Beispiel ein ACC, wo es ist halt ein GT3. Und ein GT3 ist halt darauf ausgelegt, mit diesen Fahrhilfen zu fahren. Und vielleicht ist das irgendwie so eine Kopfsache oder einfach generell eine Sache, dass es sich dann halt dementsprechend verhält. Weiß es aber nicht. Okay. Ja gut, das ist ja, es kommt ja eventuell, wenn du Glück hast, bald Abhilfe mit AC Evo. Ich denke mal, da wirst du ja schon dich sehr darauf freuen. Ja. Wird mich auf jeden Fall darauf freuen und auf jeden Fall darauf reinschauen. Sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus, die Bilder, die bisher gezeigt wurden. Ja. Und muss man mal schauen, was daraus gemacht wird. Hast du denn, also würdest du sagen, dass du nochmal E-Sports reingehst oder lässt du das für dich denn, also ist das so ein Raum, wo du dich wohlfühlst oder willst du doch lieber mehr so der Freizeitfahrer bleiben? Ich würde eigentlich schon sagen, dass ich mich da wohl fühle. Ich habe mir selber den Anspruch gestellt, dass ich halt da vorne mitfahren kann und auch mitfahren möchte. Aber wie gesagt, da muss man halt auch gewisses Pensum an Training mitbringen und halt auch die Motivation dafür haben. Ansonsten kommt man da halt nicht weit. Ja, du bist ja auch gerade jetzt so in deinem Leben in der Phase. Da bewegt sich ja wahrscheinlich auch viel, wa? Du hast ja gesagt, Abi hast du gerade fertig gemacht. Jetzt ist ja die nächste Etappe deines Lebens steht an. Ja, das kann man definitiv so betrachten. Wie hast du denn abgeschlossen beim Abitur, wenn ich fragen darf? Ich habe bestanden. Du hast bestanden. Ich habe bestanden. Das ist jetzt nichts herausragendes, worauf man irgendwie auch noch nicht stolz sein kann. Aber ich würde sagen, das reicht. Also, um es dir ein bisschen angenehmer zu machen, ich habe auch Abitur gemacht im zweiten Anlauf 3,7. Ich habe 3,4 also. Ey, du hast also ein besseres Abitur. Fantastisch. Und schon hast du... Hauptsache bestanden. Wollte ich gerade sagen, Hauptsache, du hast bestanden. Am Ende fragt meistens eh keiner mehr. Das ist richtig. Im Laufe des Alters. Was ist so dein Plan aktuell? Hast du dir schon was angeguckt? Wo willst du denn hin? Das ist eine schwierige Frage, mit der ich mich eigentlich immer noch selber beschäftige. Ich habe jetzt quasi so mehr oder weniger die ganzen Fristen mit Bewerbungen und hier und da alles schon rum. Und deswegen ist erstmal der kurzfristige Plan gefallen, dass ich ein Jahr jetzt Simracing mache, mich darauf fokussiere und halt auch dieses Jahr irgendwie anderweitig nutze, um nach irgendwas anderem auszuschalten, nach irgendwelchen Ausbildungsplätzen oder im Studium. je nachdem, wie es halt kommt. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, dieses eine Jahr erstmal zur Selbstfindung nehmen und auch hier Simracing außerordentlich intensiv beschäftigt ausführen, denke ich. Das ist fantastisch. Unterstützt nicht deine Eltern dabei? Ja, die haben mir auch den Vorschlag gegeben, dass ich quasi jetzt dieses eine Jahr Simracing mache. Was? Und auch... Ja. Ehrlich? Meine Eltern sind da sehr fortmäßig unterwegs. Ey, wie cool ist das denn? Ja, bin ich auf jeden Fall froh drüber, solche Eltern zu haben, ja. Du lebst zu Hause, nehme ich an, ne? Ich lebe zu Hause, ja. Das ist ja mega geil. Hotel-Mama, ständig Essen kriegen. Wie geil, ein bisschen sauber machen zu Hause. Es gibt auf jeden Fall Schlechteres, ja. Wow. Mensch, wenn ich mir überlegt hätte, dass mein Vater mir das angeboten hätte, der EO ist so, yo, let's go. Du, andere Leute reisen nach Australien, du machst eigentlich Asimracing. Ja, steht ihm das Seine, ne? Ich meine, Australien wäre jetzt für mich spezifisch auch nichts, da ich irgendwie gar nicht damit klarkomme, was da für Tiere rumfliegen und schwirren. Ich bin da zum Beispiel gar nicht viel zu haben für irgendwelche komischen Insekten, da kriege ich direkt immer Anik. Okay. Jetzt kennst du das, wenn du im Sommer bei dir im Bett liegst und auf einmal irgendeine komische Mücke in dein Ohr fliegt? Ja. Er ist bei mir immer auf Schlag zwölf, dann kann ich überhaupt nicht schlafen. Dann mach ich kurz den Kammerjäger und muss dieses Vieh ausfindet, ich mach ihn nur eliminieren. Sonst kann ich nicht schlafen. Das, glaube ich, geht vielen Menschen da draußen so. Ja. Ich denke, da bist du nicht der Einzige. Ich kann auch irgendwie gar nicht mit irgendwelchen komischen Insekten, dann wird mir immer ganz anders. Ich hab, wo du das gerade mit der Mücke sagst, ich hab letztens, hab ich mich aufs Kissen gelegt und hatte eine in meiner Ohrmuschel und hab die zugedeckt. Mager, ich hab mich so erschrocken. Alter, und die hat richtig Gas gegeben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann hab ich mir erst mal beim Aufstehen, hab ich mir erst mal eine gescheuert und dann war sie, glaube ich, tot. Ja, das ist, glaube ich, besser, wenn die tot ist. Ja. Ich hatte das irgendwann damals, als ich mich schlafen gelegt hab, lag gefühlt schon eine halbe Stunde da. Auf einmal drehe ich mich um und zack, wurde ich von irgendeiner Wespe geschlafen. Die lag einfach in meinem Bett, hat auch gepennt. Ach, du Scheiße. Du hast aber richtig Glück, wa? Ja, ja, ich hab auch des Öfteren hier, wenn ich hier sitze, da, wo ich hier gerade sitze, ich hab ja zum Beispiel überhaupt keinen Schreibtisch, ich mach immer nur alles in meinem Rig, weil ich überhaupt keinen Platz für was anderes hab. Ja. Und genau über mir haben sich schon keine Ahnung, wie viele Spinnen einfach hier abgeseilt, direkt vor meiner Nase, beim Fahren. Äh? Da denk ich mir, was ist das für eine Möglichkeit, dass hier so oft irgendwelche Spinnen genau vor meiner Nase sich abzeilen. Vielleicht ist das ein Zeichen für dich, dass du irgendwas mit Insekten machen solltest beruflich. Nee, 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 das glaub ich nicht. Ich glaub, dafür bin ich nicht der richtige Mann. Du hast da scheinbar so ein Händchen für. Jaja, ich bin Peter Parker Spider-Man. Peter Parker Spider-Man, ja. Nur ohne Spidey-Senses. Absolut. Was hast du dir so für das Jahr vorgenommen? Hast du schon so ein bisschen, oder sagst du einfach, wir gehen einfach rein? Äh, ich hab jetzt überhaupt keine festen Vorsätze. Also ich bin da eigentlich nur, da geht's rein. Ich hab hier meine festen Rennen in der SAO, die ich auf jeden Fall fahre. Nächstes Season dann auch wieder Genesis und Pro Series. Will ich auf jeden Fall Attacke machen. Und ansonsten einfach das Bestmögliche draus machen. Okay. Also ist es jetzt nicht so, dass du dir ein bisschen was aufgeschrieben hast und sagst so, komm, ich will Pro Series Top 10 machen oder sowas in die Richtung? Naja, also Ziele setzen oder irgendwas ausschreiben so in dem Sinne hab ich irgendwie gar nichts. Das mach ich irgendwie gar nicht. Bin ich überhaupt nicht der Typ für irgendwie zum Beispiel auch Bücher lesen. Bin ich auch gar nicht der Typ. Ich hab glaube ich in meinem Leben noch nie ein Buch freiwillig gelesen. Noch nicht eins. Ich hab glaube ich einmal angefangen, damals mit Harry Potter, ein oder zwei Kapitel gelesen und danach weggelegt. Wir können uns die Hand geben. Ich hab auch nur Schulbücher gelesen. Ich hab nicht mal teilweise die gelesen. Ich hab die teilweise nicht mal bestellt. Du hast die Zusammenfassung gelesen? Nicht mal das. Warte mal, was? Und wie bist du dann in der Du musstest du nicht irgendwelche Interpretationen oder sowas schreiben? Interpretationen eigentlich eher selten. Ich meine, meistens hast du halt immer noch irgendwie so ein Aus zu bekommen und dann konntest du halt irgendwas dazu schreiben. Das ging ja eigentlich relativ gut in Deutsch. Aber ja, hier und da hab ich vielleicht auch noch meine Zusammenfassung kurz geheben. Damals auf YouTube gab's ja irgendwelche Zusammenfassungen von irgendwelchen Büchern im Playmobil-Format oder so. Das hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Baga, du hast ja Schule durchgespielt, Alter. Ey, ich hab wenigstens die Zusammenfassung im Internet gelesen, aber du bist ja einfach noch so die Krönung oben drauf. Ja, nee, also wofür? Und das ist nie aufgefallen? Keine Ahnung. Irgendwie hat's ja immer noch einigermaßen gereicht. Irgendwie für eine vier oder so oder ein bisschen besser, je nachdem. Passiert. Naja, manche Menschen sind irgendwie für Schule nicht gemacht, wa? Ne, null. Auch für Mathe. Also meine naturwissenschaftlichen Fähigkeiten sind auch, wenn das hier die Erde ist und hier ungefähr der Erdkern, dann ist vielleicht irgendwo hier meine Fähigkeit für Naturwissenschaften. Also auch nicht Geo, gar nix. Es fehlt sich in Grenzen. Du kannst dich jetzt hier nicht in dem Podcast so hinstellen, als wenn du komplett die Null bist. Weil, also, ich sag mal, jetzt mal wirklich vom Sprechen her scheinst du mir nicht so dumm zu sein, okay? Also du musst ja irgendwo eine Stärke haben. Also versuch doch einfach wenigstens eine zu nennen, dass du hier nicht aussiehst wie der letzte Dulli in dem Podcast. Hallo, ich kann dir hier mal eine Mathe-Note sagen. Die war super. Willst du mal warten, was ich Mathe insgesamt für Punkte hatte im Abitur? Äh, äh, elf. Schwierig. Zu hoch? Ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich hatte nie mehr als einen Notenpunkt in Mathe. Was, du bist in Mathe mit Null rausgegangen? Nein, ein Punkt, einen Notenpunkt, also fünf Minus. Ey, das muss ich jetzt mal fragen, verzeih mir das, aber bist du einfach nur ein faules Schwein oder? Absolut, absolut. Ich bin absolut fauler Sack, das kann man auf jeden Fall so sagen. Okay, also, weil, du machst mir nicht den Anschein, als wenn du, als wenn das Licht oben aus ist. Na gut, aber Mathe muss ich zugestehen, da ist, glaube ich, echt nicht viel Licht. Aber so basic kriegst du hin, ja? Ja, ich weiß gar nicht, wann das damals war, wie siebte, achte Klasse oder so, damals hat das mit dem Alphabet angefangen, hat irgendwelchen komischen Formeln, da hat, glaube ich, irgendwann mal der Schalter Klick gemacht und danach war vorbei in Mathe. Okay. So, damals in der Grundschule oder so war Mathe eigentlich voll geil. Ich habe, glaube ich, noch bis zur Sechsten eigentlich immer so, keine Ahnung, eins, zwei, drei gehabt. Irgendwann kam halt der Punkt, wo man einfach das Verständnis gibt. Ja, so komplexere Mathematik, aber was war denn so dein Bänger in der Schule denn? Sport? Bänger? Naja, du musst ja... Ja, Sport hier und da, da war ich halt auch. Gut, je nach Thema, ne? echt scheiße war. Aber so würde ich sagen, vielleicht Englisch. Englisch war ich nicht immer gut. Jawohl, du bist ja eine Rakete, Junge. Du bist ja eine absolute Rakete, fantastisch. Ich erkenne mich gerade so ein bisschen wieder. So ganz leicht. Ich glaube, und das möchte ich jetzt hier kurz in dieser Folge sagen, Henrik Gambal wird es noch sehr weit bringen im Leben. Eine hochgescheckte Expertise, du. Ne, das, glaub mir, du wirst es noch sehr weit bringen. Weil die, die meisten Leute, die richtig arschfaul waren in der Schule, aber nicht dumm, die haben es weit gebracht. Muss ich mal als gutes Ohr nehmen, du. Frag mal deine Eltern, wie die so waren in der Schule. Ich glaube, ein bisschen fleißiger. Aber denn umso krasser, dass die einfach sagen, Junge, mach doch einfach mal ein Jahr, jetzt hier dein Simracing-Ding. Ja gut, ich hab so ein bisschen selber eingebaut, weil ich halt selber keine Eigeninitiative gegriffen hab und irgendwas aktiv und richtig gesucht hab. Irgendwie so eine Ausbildungsstelle. Da ich hab nebenbei mal ein bisschen hier und da geguckt, aber nie irgendwie so richtig mit Elan und keine Ahnung was irgendwie dahin gegangen und gesagt, ich brauche jetzt unbedingt was. Ich meine, es ist aber auch wirklich schwer, sich zu finden, ehrlich gesagt, so in deinem, in deinem Alter. Wie gesagt, manche haben es halt vielleicht geschafft. Ich würde jetzt vielleicht auch noch tendenziell aus dem Bauch heraus sagen, ich würde irgendwas gerne mit Auto machen. Würde jetzt vielleicht so nahe liegen, aber irgendwie so 100% festlegen, finde ich irgendwie schwierig. Für mich persönlich jetzt. Vielleicht hier und da der ein oder andere, klar, kriegt das hin, aber irgendwie bei mir das irgendwie noch nicht so funktioniert. Ich meine, du hast jetzt ein Jahr Zeit, dein Hobby quasi zum Beruf zu machen. quasi. Ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht so eher unüblich und wahrscheinlich auch mehr oder weniger schwer, das eigentlich so nur beruflich zu machen in der eSport-Schiene. Ich glaube, jetzt hier so Marco und Noah ist nochmal ein bisschen was anderes. Die verbinden das ja quasi noch mit dem Content-Creator und haben da halt noch andere Einnahmen, aber wenn du das halt irgendwie nur so hauptberuflich machst, eSportler, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich meine, du hättest ja auch die Möglichkeit, das so verbinden. Ja, aber ich glaube, YouTube und in dem deutschsprachigen Raum, da haben wir jetzt halt so Marco und Noah und sich da halt nochmal zu etablieren, irgendwie so herauszustechen, irgendwas Eigenes, Persönliches zu machen, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwer. Ich habe jetzt auch für mich irgendwie so persönlich bis jetzt, haben wir auch noch nie so der Gedanke, auf YouTube zu wechseln und auch irgendwelche Videos zu machen. Ich habe hier und da mal nur meinen Twitch-Stream an. Das hat mir jetzt eigentlich völlig gereicht bis jetzt. Ja, du kannst ja mal, also wenn du dafür keine Passion hast, dann, aber dann hättest du halt die Möglichkeit zumindest noch mal, weißt du, für das Jahr. Man kann es ja mal probieren. Auf jeden Fall. Warum nicht? Dafür ist das ja natürlich da, irgendwas zu finden, was vielleicht zu einem passt. Vielleicht macht es mir irgendwie doch Spaß. Ja, eben. Mal schauen. Aber jetzt muss ich dich mal fragen, wie bist du denn mit deiner, ich sag mal, mit der Einstellung, die du uns die letzten 15 Minuten gegeben hast, wie bist du denn bei Nitro reingerutscht? Ins Team? Boah, da muss ich ja, das hat ja quasi am Anfang zu tun, wo wir schon angefangen haben mit dem Twitch. Wir sind zwischendurch ein bisschen abgebogen hier und da. Wir müssen halt auch nochmal wieder den Bogen kriegen zurück. Gehen wir noch mal zurück ins Jahr 2020, Corona-Pandemie. Jan Biermann streamt um, keine Ahnung, 0 Uhr oder so und ich hab dann immer so verzweifelt gesucht nach irgendwelchen komischen deutschen Twitch-Streamern, um halt irgendwie vielleicht aufzufallen. Hier und da mal in den Stream rein und guck mal hier, ich bin schnell. So die junge Mentalität, man will auffallen, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht hab. Aber ich war dann halt da und dann war ich halt irgendwann im Discord bei ihm. Dann sind wir halt hier und da die ganze Zeit gefahren in der Truppe. Dann waren wir dann, auch Jansky unter anderem war halt auch immer dabei und dann waren wir dann immer so unterwegs Kicks in der Zeit und das war dann quasi so Kicksimracing und dann kam halt irgendwann der World Cup 2020. Den haben wir dann beschritten unter Kicksimracing, damals in der Besatzung Jonas van Drolten, Jan Biermann, ich und Philipp Colacci und da haben wir dann quasi so die Silberklasse gewonnen und waren auch glaube ich overall, wenn wir damals kein Crash und Spar gehabt hätten, wären wir sogar P2 gewesen overall. Das war halt damals schon krass. Und ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Das kam dann halt 2021, war das dann mit Rennwelten und Marco, Mabix ist dann dazugestoßen 2021 und die Jungs haben sich natürlich dann noch irgendwann abgespalten, also Marco und Jonas und Patrick, damals war es glaube ich, die sind ja dann zu K. Krämer rüber, K. Krämer hat ja dann das eigene E-Sports Team gegründet und da bin ich dann halt nach einer Zeit, dann war es doch 2021 oder 22, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, auf jeden Fall bin ich später dazugestoßen als die anderen und da hat mich quasi so Jonas rübergeholt, dann war ich halt mit den K. Krämer Jungs und ja, von den K. Krämer Jungs hat sich das dann immer so weiterentwickelt von K. Krämer zu Sprout und Sprout zu Nitro jetzt. Okay. Ja. Also hat das junge Auffallen auf dem Server was gebracht? Ja. Kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Gut, also für die Leute da draußen, die jünger sind, jung und auffallen. Nicht belästigen, auffallen, einfach mitfahren und schnell sein. Ja. Es gibt mittlerweile echt viele Junge, die glaube ich sehr, sehr schnell sind. Das ist schon krass, was es da für Leute gibt. Ja, die Pace hat ganz schön angezogen. Auf jeden Fall. Also, also ihr geht schon in die Post ab. Mhm. Früher war ich so immer der Junge, aber jetzt kommen halt immer noch jüngere dazu. Ja. Und das ist halt schon irgendwie insane. Aber es ist auf jeden Fall geil für die Competition. Definitiv. Äh, von Nils Naujux, wie alt war er? 13? Ja, irgendwie so. Allen, weiß er glaube ich. Allen, ja, 13. Ja, das ist, das ist krass. Überleg mal. Und du bist ja schon ein Jungspund mit 19 eigentlich. Ja, relativ, aber jetzt irgendwie auch nicht mehr. Ja, aber wenn man mal guckt, Pfeffer war, war, war jung, Schöni, jung, ähm, McCormack, super jung. Die sind ja alle so mit dir quasi reingekommen. Ja, ja, Pfeffer, Schöniger und ich waren ja quasi, weiß gar nicht, 2020 war auf jeden Fall Tobi glaube ich schon dabei. Ja. Oder 2021 waren wir alle so in einem Feld und eigentlich so immer die Jüngsten. hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Jetzt seid ihr die, die Jungen. Nur noch die Jungen, nicht mehr die ganz Jungen. Ja. Ich muss jetzt hier aber mal ganz kurz, äh, nochmal nachhaken und wir müssen nochmal ganz kurz zurückspulen. Mir wurde letztens, und ich bin mir glaube ich gar nicht so sicher, ob das Jansky war im Podcast, mir wurde gesagt, deine Passion ist Rennsport, aber nicht der virtuelle, sondern der Rennsport im realen Leben. Ja. Und dass du quasi ein laufendes Lexikon bist. Ja, ja, vielleicht ein bisschen, ungefähr, ja. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Also ich haue eigentlich so alles an Motorsport. Es gibt halt so, für die World Challenge schaue ich eigentlich jedes Rennen, sei es der Sprint Cup, Endurance Cup oder was auch immer. Nordschleife bin ich seit 2018 auch immer vor Ort beim 24-Stunden-Rennen, seit 2016 regelmäßig auch einfach so da. Und allgemein, einfach so jedes Rennen gucken, zum Beispiel, eigentlich so gefühlt alles, so Formel 1, IndyCar, MotoGP habe ich dieses Jahr auch angefangen, die ganzen GT-Rennen, also DTM, GT World Challenge, GT Masters, GT Masters ist mittlerweile nicht mehr so, aber so GT World Challenge Asia, GT World Challenge America, GT World Challenge Australia, so alles drum und dran, schaue ich mir eigentlich so an. Wann? Am Wochenende, wenn es läuft. Live oder auch in der Aufnahme? Meistens live, ja. Okay, also das ist ja dann schon irgendwo deine Passion, nehme ich an, oder? Auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall, glaube ich, von mir behaupten, dass ich ein Motorsport Freak bin. Ja, ist ja richtig krass. Aber bist du auch, bist du jetzt nur GT Sport unterwegs? Also du hast ja jetzt noch gerade MotoGP gesagt, oder bist du noch außerhalb, noch weiter drüber hinaus, so Formel 1 und sowas, Rallye? Ja, ja, Formel 1, Formel 2, Formel 3, alles, was da drum und dran ist. Also Rallye jetzt tatsächlich, muss ich sagen, noch nicht. Vielleicht kommt das auch irgendwann. MotoGP auch erst seit dieser Saison, weil das jetzt auch bei Sky läuft. Aber sonst, so IndyCar oder so, gucke ich jetzt, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren. Und die ganzen Portrickerbrennen hier und da mal, gucke ich mir eigentlich alles an. Bist du da komplett so alleine drin, oder hast du so eine komplette Gang drumrum, dass ihr da einmal zusammensitzt und das euch reinorgelt? Also anschauen, so an sich, ab und zu mal vielleicht, ich habe das zum Beispiel an meinem Geburtstag, ich habe ja am Januar Geburtstag, da trifft das zum Beispiel mit 24-Stunden-Rennen in Daytona immer gut zusammen, habe ich zum Beispiel dieses Jahr mich getroffen mit den Kollegen und dann haben wir dann Burger gegessen bei mir zu Hause und Daytona geguckt. Zum Geburtstag? Ja. Geil, Alter. Das ist doch eine perfekte Geburtstag. War ja jetzt mit deinen Real-Life-Freunden, also man muss das ja sagen, oder mit den Jungs aus dem Netz. Tatsächlich auch mit den Jungs aus dem Netz. Also wer war damals da? Jan Biermann, Niklas Fuhm, Janski, Leon Schröder, wo ist Frank war leider verhindert, aber so die Jungs, die kommen dann her und dann schauen wir uns Rennen an. Wie geil ist das denn? Ja. Und dann treffen wir uns auch hier und da und auch an der Rennstrecke, zum Beispiel jetzt am Wochenende waren die Jungs teilweise gar nicht da, war irgendwie das Jahr davor anders ins Spa, aber Jonas, mit dem habe ich mich dann wieder am Samstag getroffen ins Spa und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen. Warst du jetzt alleine ins Spa am Wochenende, oder? Nee, mit meinen Eltern. Die sind da auch eigentlich immer dabei. Ah, daher weht der Wind. Deine Eltern sind also auch sehr motorsportaffin, ja? Ja, also ich habe damals, dann habe ich angefangen mit Motorsport. Ich war damals so, eigentlich nur der Fußballtyp, muss ich da sagen. Ich habe ja glaube ich Fußball gespielt bis 2018 oder 2019 auch selber. Das habe ich dann irgendwann aufgehört. aber Motorsport hat mich an sich gepackt. 2010 oder so, seit 2010 habe ich eigentlich immer jedes Formel 1-Rennen geschaut. Damals, 2010 war ja so die Sebastian Vettelzeit, 2010, 11, 12, 13, die ganzen Titel und das hat sich dann quasi immer weiterentwickelt. 2016 war ich dann das erste Mal live an der Rennstrecke zur VLN damals und seitdem ist quasi Motorsport im Herz. Geil, das ist doch geil. Also könntest du dir vorstellen, so in dem Bereich auch vielleicht was zu machen, zu arbeiten? Das wäre auf jeden Fall schon geil, aber musst du halt auch erst mal wieder hinkommen. Das ist richtig, ja. Und dann ist halt auch die Frage, man muss ja auch immer reisen, auch nicht ohne. Reisen ist nicht so dein, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt eigentlich prinzipiell nichts dagegen, aber ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht so viel Spaß irgendwie so jedes Wochenende gefühlt unterwegs zu sein. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Formel 1 anschaut, so ein Tripleheader ist halt schon intens. Ich meine, Formel 1 ist jetzt ein bisschen hochgeriffen, wenn man da gerade einsteigen will, aber, ne, du weißt, was ich meine. Ich wüsste, das ist, also es ist wirklich interessant, dass du so an den Rennstrecken bist und so motorsportaffin, aber dich das Reisen eigentlich nerven würde. Ja, ich bin halt einfach gerne da. Ich kann die Reise auch gerne skippen. Ich meine, vielleicht hier und da, wenn man jetzt mal, sag ich mir jetzt mal, irgendwie WC Formel 1 und dann nochmal an irgendwelche anderen Orte kommen, die man zum Beispiel noch nicht besucht hat, das ist absolut noch was anderes, aber so die allgemeine Reise irgendwie so durch Deutschland zum Nürburgring oder nach Spa oder so, wenn man da schon so alles kennt, ist halt, Wenn man zum Beispiel irgendwo anders hingeht, dann ist man da bestimmt auch mal, glaube ich, länger als so ein paar Tage. Da hat man auch vielleicht noch ein bisschen Zeit, das Drumherum ein bisschen weiter zu erkunden, aber wenn man jetzt zum Beispiel da ist, ja gut, abgesehen jetzt vom Nürburgring, wo man so eine Woche ist, aber da bist du halt auch nur auf dem Campingplatz und dieses Jahr war da einfach nur eine ekelhafte Schlammschlag, das hat auch gar nicht so viel Spaß gemacht. Warst du eine Woche am Nürburgring dieses Jahr? Ja, ich bin, ja, nicht ganz eine Woche, ich bin Dienstag angekommen und dann halt Sonntag gefahren. Aber nächstes Jahr, meine Eltern waren tatsächlich sogar am Montag sind die gefahren, ich bin dann am Dienstag nachgekommen. Ja, aber nächstes Jahr dann eine Woche Le Mans. Oh, ehrlich? Ja, wurde mir zum Abitur geschenkt. Dann fahre ich da mit meinem Vater campen. Du machst einfach ein 3-4er Abi, Alter, und er schenkt dir einfach eine Woche Le Mans campen. Deine Eltern müssen dich wirklich lieben, Henrik, am Ball. Ja. Die müssen dich wirklich lieben. Schätze deine Eltern bitte, okay? Die lieben dich, die scheinen dich sehr zu lieben. Ich hab die auch sehr, sehr gern, du. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eine Woche Le Mans, schöne Grüße gehen raus an den Papi, das wird für dich, glaube ich, ein sehr schönes Erlebnis. Absolut. Das ist ja auch so die Bucketlist, wo ich auf jeden Fall schon mal hinwollte. Ja. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Ich hab jetzt sogar so zufällig, Jonas van Dreuten wird wahrscheinlich auch mit uns dann da hinfahren. Oh, cool. Und dann ist man da halt wieder in einer etwas größeren Truppe, war auch geil, ja. Schön. Was ist denn so, was hast du denn für eine Bucketlist? Erzähl mal, weil du das gerade so reingeschmissen hast. So die ganz großen Endurance-Rennen. Ich meine so, die ganz großen Rennen, so Form 1, muss man da auch irgendwie so realistisch sehen, ist schon für das, was es bietet, arg teuer. Und da bist du halt nicht mal irgendwie so schnell da und hast dann so ein schönes Wochenende, wie zum Beispiel jetzt bei der WC oder so oder generell bei der G-Bird-Channel, sag ich mal, bei den 24 Stunden von 2A, wo das einfach relativ erschwinglich ist für das, was es halt bietet. Ja. Aber was steht denn da noch drauf? Ach so, ja. Vergessen. Ha! Daytona wäre zum Beispiel so das, was ich auf jeden Fall mal machen will. Also rüber. IMSA, IMSA bin ich auch ein Riesen-Fan von, gucke ich auch eigentlich so gut für jedes Rennen. Das ist auch sehr, sehr geil. Also IMSA und WC finde ich sogar teilweise die IMSA, was heißt teilweise eigentlich so die IMSA besser. Das jetzige WC-Reglement sagt mir nicht so zu, was die GT-Klasse haben, weil Hypercar Giga, aber das GT3-Reglement, was die da mit den Autos gemacht haben, ist schon irgendwie ein bisschen frech. Aber so zum Beispiel Daytona habe ich schon gesagt, Le Mans werde ich jetzt abhaken, Spa habe ich schon abgehakt, 24 Stunden Nürburgring habe ich abgehakt. Das ist dann auch zwölf Stunden Bathurst, wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, auch wenn ich irgendwie Australien und das ganze Viecher nicht mag, aber nach Bathurst würde ich mich schon mal sehen, du. Nächstes Jahr. Willst du mitkommen? Bist du da oder was? Ja, nächstes Jahr habe ich mir, ich habe jemanden kennengelernt vor kurzem in einem Twitch Rivals und der wohnt in Bathurst. Nee. Ja, und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und haben uns sehr gut verstanden und dann haben wir uns gesagt, okay, wir treffen uns nächstes Jahr da zusammen in Bathurst. Das ist geil, ja. Das habe ich auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketliste und ich versuche jetzt irgendwie die ganzen, die Moneten zusammen zu kriegen, um dann da hinzufahren, ja, oder zu fliegen. Hast du dann auch vor, irgendwie so ein bisschen länger da zu bleiben oder auch wirklich nur für das Rennen? Müsst du halt mal gucken, was Pinke Pinke sagt, so. Ist ja jetzt nicht so günstig, also. Wenn du jetzt sagst, so kannst du eine Woche bei mir pennen, okay, cool, easy peasy so, aber mal sehen. Ja, das knallt auch bestimmt immer auch im Geldbeutel, hast du recht, ja. Ja, fliegen war jetzt ja, es war, waren schon, da ist man schon bei anderthalb Scheine. Ist das schon. Ja, auf jeden Fall. Das ist leider nicht ganz so günstig. Daytona würde ich auch fühlen. Hatte ich eigentlich überlegt, das im selben Atemzug zu machen? Ja, aber es wird ja glaube ich irgendwie so eine Woche das und das habe ich aber auch nicht verstanden. Das war ja früher nicht so, aber mittlerweile ist das irgendwie so ein paar Jahre so. War ich auch noch. Aber das ist ja zum Beispiel auch mit den 24ern irgendwie richtig komisch. Du hast Le Mans als erstes, danach hast du die Woche übergekommen und danach die Woche direkt Spa. Das wird auch lustig, wenn ich eine Woche in den Moor bin, dann werde ich wahrscheinlich zum Ring fahren. Weiß nicht, ob ich da campe, aber ich werde auf jeden Fall zum Rennen da sein und auf jeden Fall auch wieder nach Spa. Also ein paar entspannte Wochen. Also du nimmst die drei Wochen dann mit? Absolut. Da sehe ich mich. Absolut, da sehe ich mich. Okay. Weiß ich noch nicht, ob sich meine Beine da sehen, aber ich sehe mich da. Wieso war es los mit deinen Beinen in den Caputo an? Ja gut, wenn du da mal zum Beispiel so am Ring bist, dann wanderst du auch. Wir sind da mal, ich glaube letztes Jahr, dieses Jahr sind wir nicht so viel gewandert, weil das Wetter halt scheiße war. Ja. Ich glaube das Jahr davor, nee das Jahr davor war ich gar nicht da, weil wir SAO hatten, aber 2022 hatten wir sogar irgendeinen Tag, da sind wir also vom Campingplatz von der Mühlenbachschleife bis ja ganz unten am Grand Prix Kurs und dann sind wir bis Fuchsröhre. Nee, doch Fuchsröhre und dann bist du ja einmal dahin gelaufen, das sind ja keine Ahnung wie viele Kilometer und das sind nochmal zurück und du bewegst dich ja an den anderen Tagen auch relativ viel hin und her und da kommt dann halt schon was zusammen und irgendwann tun auch deine Beine weh, wenn du sie jetzt nicht mehr so oft benutzt wie ich, weil ich einfach ein pauler Sack bin und keinen Sport mache, dann geht das schon mal gut rein. Musst du dich besser vorbereiten denn für die drei Wochen dann oder drei Wochen. Ja, das ist auch richtig. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war. Sinfel, glaube ich, damals weiß ich gar nicht, war das sogar vom Grand Prix Kurs wie so Hatzenbach, weiß ich gar nicht, ob wir sogar bis Breitscheid gelaufen sind. Das sagt mir alles gar nicht wirklich viel. Wenn du hier, sag ich mal, die Brücke, die quasi durch das Dorf durchführt, da hast du doch rechts und links diese Betonwand. Ja. Am tiefsten Punkt der Strecke. Ja. Sinfel, weiß gar nicht, das sind auf jeden Fall ein paar Meter. Ja. Und das haut dann gut rein. Musst du dich halt vorbereiten für nächstes Jahr dann, wenn du die Bucketliste abhaken willst und Bock auf alles hast so. Ja, sollte man ein bisschen fitter für sein, als ich bin, ja. Ja, auf jeden Fall solltest du dir definitiv die Gräten nicht brechen. Ich meine, so wie du dir die Hände ständig kaputt machst, ich weiß nicht, wie es bei deinen Füßen aussieht. Nee, da hatte ich tatsächlich noch nichts. So abgesehen von meinen Händen, die auf jeden Fall seit letztem Jahr auf einmal Bock haben, kaputt zu gehen, hatte ich auch eigentlich nie was. Also nie irgendwie so ein Bruch. Also das mit dem Finger letztes Jahr war mein erster Bruch. Was ist denn da passiert eigentlich? Äh, Schulsport. Witzig. Da kommen wir wieder zurück zur Schule. Äh, wir waren ein Fußballkurs, also Betonung auf Fußball. Also Fußball, das, was man mit dem Fuß macht. Ja. Ähm, und die Lehrerin hat sich dann gedacht, ey, das ist total witzig, äh, wir spielen heute Basketball. Ja, und dann kam der Ball, der ist abgeprallt von der Wand, ich war halt so, und dann der Ball quasi direkt hier so ging und dann einmal komplett weggeknickt. Und dann war, äh, ja, kaputt. Boah, das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ja, am Anfang habe ich auch nur gedacht, oh, das ist wieder hier, das wird gleich wieder, das geht schon. Und dann irgendwann nach ein, zwei Stündchen, naja, Schmerzen immer noch da, ab ins Krankenhaus. Das ist auch immer geil, wenn du dann irgendwie ins Krankenhaus gehst und dann einfach im Wartezimmer, einfach so gefühlt am Sterben bist mit deinen Schmerzen, du musst dann gefühlt wieder zwei Stunden da rumhocken. Miese Notaufnahme. Oh, kannst du ja einfach mal eine Pille einwerfen. Ja, die hatten wir leider nicht vorbereitet. Hm. Ja, gut, dann ist, äh, also so eine Ibo macht das schon. Ja, aber irgendwie bin ich so resistent gegen so ein Stuff. Ah, okay. Das ist auch genauso irgendwie mit, äh, Koffein. Ich kann mir auch gefühlt so, viele sagen ja immer irgendwie nicht so vor dem Schlafen so Koffein reinhauen und irgendwie so Cola trinken. Bei mir macht das gar nichts. Ich kann auch irgendwie so Energydrink trinken und passiert einfach nichts. Bin einfach trotzdem rein. Ja, gut, das ist, äh, das kann ich auch machen. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich mir vormittags, weiß ich, um, 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 sagen wir mal, um acht oder so ein Kaffee reinleihe, dann kann ich um halb eins auch Mittagsschlaf machen. Hm, ja, aber da bin ich ja gar nicht, also ich trinke gar keinen Kaffee und, äh, so Mittagsschläfe und auch gar nicht. Also, wenn ich so einmal aufgestanden bin, dann bin ich auch gefühlt, ach, kann ich irgendwie wieder am Abend petten gehen. Ich hab mir... Also das, glaub ich, ist bestimmt so eine Angewohnheit, glaub ich, wenn man so früher damals so als kleines Kind, weiß ich nicht, ob das irgendwie so damit zusammenhängt, irgendwie hier und da mal so Mittagsschlaf gemacht hat, dann ist das vielleicht irgendwie so eine Angewohnheit. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hab beispielsweise mit 39 hier angefangen, Kaffee zu trinken. Oh. Ja, also ich hab wirklich dieses Jahr erst angefangen, Kaffee zu trinken. Also wirklich... Warst du, ist nie zu spät. Nee, der Witz ist, mein, mein Stiefvater hat mir seine alte Kaffeemaschine gegeben und dann hab ich mir gedacht, er probier's mal aus. Verlockung? Ja, das war für die Gäste, weißt du, wenn mal einer rüberkommt, der trinkt ja jeder Kaffee und dann hab ich das irgendwann mal getrunken und der ist hier so, ja, doch, ist ja gar nicht so kacke und jetzt trinke ich halt selber auch Kaffee und das mit dem Mittagsschläft ja, ey, manchmal bist du halt einfach todesbreit, dann liegst du auf dem Sofa und dann geht das Licht aus und dann schläfst du einfach. Also... Das ist ja irgendwann damals, also ich irgendwie... Vielleicht hab ich das ab und zu mal, wenn ich so ganz wenig irgendwie noch weniger geschlafen hab, dann geht ab und zu vielleicht auch mal so die Lichter aus. Oder wenn's mir irgendwie so richtig scheiße geht. Ich hatte, glaub ich, letzte Woche, das ist ja auch eine richtig gute Idee, da hatten wir 33 Grad hier und da ist mir die Blitzidee gekommen, ey, lass mal Fußballspielen gehen. Ja. Ich bin auf den Kunstrasenplatz gegangen, es gab überhaupt keine Wolke, es war arschheiß und du bist einfach nur komplett weggeschmolzen. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, also im Auto auf dem Rückweg ging's mir noch gut und nachdem ich mich dann zu Hause irgendwie so hingelegt hatte, so nach 20 Minuten gemerkt, aua, mein Kopf tut weh. Und dann bin ich auch ganz schnell ins Bett gegangen. Hast du vielleicht Sonnenstich gehabt oder sowas? Naja, eigentlich gar nicht. Ich hatte ja sogar nicht mal irgendwie so, äh, quasi so einen Sonnenbrand, obwohl ich mich nicht mehr eingecremt hatte. Für Sonnenbrände war ich irgendwie auch noch nicht so zu haben bisher, glücklicherweise. Ja, du gehst ja auch lieber Ich glaub, so ein fetter Sonnenbrand ist auch schon scheiße. Das ist jetzt auch ein Punkt. Aber wenn ich dann mal draußen bin, dann passiert ja irgendwie nix. Ey, hast du ja Glück gehabt, ne? Also, ja. Kannst du dich glücklich schätzen. Aber wenn du dich immer gut eingrebst, dann ist ja in Ordnung. Ja. Meistens. Was ist denn so das das Verrückteste, was du so im Rennsport mitgesehen oder miterlebt hast? Oh. Mal kurz überlegen. Ja, mal ist dir Zeit. Überleg ruhig. Irgendwie so einen fetten Crash hab ich irgendwie noch gar nicht gesehen. Wirklich noch gar nicht. Also direkt vor meinen Augen. Irgendwie komisch, aber ist irgendwie noch nie passiert. Du kannst auch Mitschnitte nehmen. Also wenn du das gesehen hast, im Sinne von du hast, äh, warst nicht vor Ort, aber hast es halt, äh, für dich am PC oder in der Übertragung gesehen. Ja. Ich würde sagen, 2021 war das, glaube ich, 24 Stunden Rennenspa der Unfall von Jack Aitken und, äh, ich glaube, Kevin Estra war noch da mit involviert und die ganzen anderen Autos. Was man da gesehen hat, das Auto auslade oder was halt noch vom Auto übrig war, so ein krass, wenn man überlegt. Aber da wird einem nochmal so vor dem Auge klar, Motorsport ist und wird immer gefährlich bleiben, egal was man da halt macht. Aber das war halt nochmal so ein, so ein, bei so einem Aufleuchten, was der Motorsport mittlerweile für eine Sicherheit bietet. Wenn da so ein paar Jahre, was heißt ein paar Jahre, aber so ein paar Jahrzehnte früher, dann wäre das natürlich ganz anders ausgegangen. Äh, du meinst jetzt den Abflug, äh, Oruge, ne? Ja, ja, oder dann oben, Oruge, links rein und dann zurück auf die Strecke. Genau. Ja, der war wirklich komplett auseinander gebaut, der gute, ja. Absolut. Man, dieses Wochenende gab's ja auch wieder ein paar Unfälle da. Ich hab hier vor Oruge auf der Graben mit dem Ferrari, wo dann der Porsche reingefahren ist, ist auch sehr, sehr komisch und, äh, in den Morgenstunden ist ja noch ein Porsche im Blanchiment, war da aus in den feuchten oder nassen Bedingungen und hat sich dann da überschlagen. Das war auch spektakulär. Ich hab tatsächlich nur zehn Minuten von dem Rennen gesehen. Oh. Ja. War tatsächlich sogar so ein geiles Rennen. Ja, weißt du, als ich angefangen habe, Motorsport zu konsumieren, mein erstes Jahr, Nordschleife, es regnet. Zweites Jahr, es regnet. Drittes Jahr, ich guck's nicht, es regnet nicht. Viertes Jahr, es regnet. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Rennen angucke, regnet's. Und bei mir ist es jetzt mittlerweile ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Aberglaube, aber ich sage immer, bis ihr dann mit aller anderen das live gucken könnt und das ein gutes Rennen wird, guck ich es erst danach. Ja. Und dann regnet's nicht. Ja gut, das hatten wir jetzt, glaub ich, dieses Jahr in Le Mans und davor das Jahr in Le Mans, dass irgendwie so nachts so richtig schön was runtergekommen ist und dann endlose. Das Prozedere in Le Mans mit dem Safety Guide, das geht mir auch nicht in die Birne, was die da vor, glaub ich, zwei Jahren eingeführt haben. Es sind einfach so für drei Stunden im Safety Guide rum, bis sie mal ihre komische Sortierungstirma da durchgebracht haben. Ja. Das macht mich kaputt. Aber jetzt zum Beispiel in Spa war ja auch ganz viel Regen. Ich mein, so Regen, das war ja schon krasser Regen, da konnte man gewöhnt nicht fahren. Die sind ja teilweise hinterm Safety Guide da weggeflittert. Ja. Da hattest du auch wieder so vier Stunden hinterm Safety Guide oder keine Ahnung was, aber... Aber es war halt nicht Red Flag, ne? Nee, nee, Red Flag gab's echt gar nicht. Ich glaub, das wollten sie sich dann aber auch nicht gönnen, die Red Flag. nach dem 24er-Ring. Ja, ich glaube, ich glaub wirklich nicht, dass sie sich das gönnen wollten. Ich mein, Le Mans war ja noch einigermaßen okay mit dem Regen so, aber Spa hat ja richtig gegossen. Absolut. Ja. Da sind wir auch frühzeitig weg. Ja, da hat's wirklich richtig gut geschifft dieses Jahr. Mhm. Aber ich hab mich sehr gefreut, dass Ferrari dieses Jahr in Le Mans wieder gewonnen hat. Das war schön. Das müsste jetzt, glaub ich, der Hattrick gewesen sein. Le Mans, Hattrick? Ja. Meinst du, davor haben die GTE gewonnen, oder was? Nee, letztes Jahr hat auch Ferrari gewonnen. Ja, und was, der Hattrick? Und das Jahr davor war, nee, warte mal, wer hat das Jahr davor das geholt? Toyota. Ah, stimmt, es war Toyota, genau. Letztes Jahr war... Ferrari ist ja seit letztem Jahr dabei. Nee. Doch. 2023. Du hast recht. Ja. Du hast recht, tatsächlich. Ja. Ha! Wie komm ich denn darauf, dass sie ein Hattricker... Ach so, weil sie letztes Jahr sind sie mit zwei Mann auf dem Podium gewesen. Das vergisst das. Ja, ja, letztes Jahr waren sie mit zwei Mann auf dem Podium und dann war noch, müsste Toyota noch dazwischen gewesen sein. Weil letztes Jahr war ich selber auch da vor Ort. Das war ein Spektakel. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Die Garage 56, Camaro, Nesca-Karre, die hätte ich auch gern gesehen, du. Oh, du! Also da kann ich, das werde ich auch meinen Kindern noch erzählen oder meinen Enkelkindern. Das war einfach die witzigste Geschichte mit diesem Auto. Wirklich. Ich hab das nicht mitbekommen, dass der dort vor Ort ist. Nicht? Nee. Nee, weil ich war also, ich war eine Plus Eins für, äh, von Influencer, hab halt Foto gemacht und Video und so ein Zeug und hab vorher gar nicht wirklich was geguckt dazu. Ja. Und dann, äh, waren wir an der Rennstrecke und dann hast du ja Rahmenprogramm und so, das hat alles schon geknallt und dann sind die Hypercars losgefahren und das knallt und dann fahren die GTEs vorbei und das knallt so und dann auf einmal denkst du dir so, Moment mal, was kommt denn da jetzt noch? Warum ist denn das Ding lauter als alle anderen? Was kommt, was kommt da für eine Maschine an? Und dann guckst du so, oh, das ist ja ein Nesca, Alter. Ja, das war schon verrückt. Aber geil. Ja, ich hab, ähm, ich, äh, wir, äh, die sind an der, an der Dunlop-Kehre, nee, nicht Dunlop-Kehre, doch, Dunlop-Kehre, äh, war das, ähm, war die Hospitality von Peugeot und die hatten direkt nen Balkon, so, dass du reingucken konntest. Und ich bin Sonntagfrüh äh, wach geworden und ich wollte unbedingt dieses Auto noch an der Dunlop-Kehre fotografieren, weil ich das, das war das einzige Auto, was ich nicht fotografieren konnte, und das Ding stand in der Box und die waren am reparieren, weil, weiß der Geier, was da los ist und dann ist der nochmal rausgefahren. Oh, ich konnte mein Foto machen. Das ist so ein schönes Foto geworden und, wunderbar. Ja, das, hast du auch solche Bucketlist, dass du von irgendwas unbedingt ein Foto haben möchtest? Na, Fotos unbedingt jetzt nicht, irgendwie ist mein Handy ziemlich scheiße, was das angeht. Ja. Aber, dass du es mal zumindest mal gesehen hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Na, der Witz an der ganzen Sache, was ich halt nicht vergessen werde an dem Auto, die Hospitality hatte direkt zur Dunlop-Kehre in ihre Toiletten, äh, unten in der, in der Dings drinne. Und immer, wenn die Autos vorbeigefahren sind, hast du es gehört. Aber wenn das Nesca vorbeigefahren ist, hat die ganze Schüssel vibriert. Und dann sitzt du auf der Toilette zum Mittagessen und denkst dir nichts dabei. Ah ja, cool, nice. Machst du dein Geschäft und auf einmal merkst du so, wie es unter deinem Arsch vibriert und du weißt halt ganz genau, welches Auto da dran vorbeigefahren ist. Ja, der Witz ist halt, ich hab davon sogar noch eine Story gemacht, einfach nur, um das auch mal festzuhalten für mich, weil das so ein geiler Moment war. Ja. Ähm. Die V18 hat schon geil, so Cadillac und so. Und dieses Jahr ab und zu, äh, der Cadillac und auf jeden Fall der Mustang. Ja. Rechen auf jeden Fall raus. Auch hier Spa war halt auf jeden Fall der Mustang, der rausgestochen ist. Äh, schon geil, diese Ami-Karren noch. Da du ja jetzt, äh, an den Strecken schon warst, weil wir uns letztes Mal mit, äh, mit Noah drüber unterhalten haben. Mhm. Ähm. Hab ich's über gesehen. Ah ja, okay, dann weißt du, glaub ich, worauf wir hinaus wollen. Die Lautstärke. Die Lautstärke, genau. Ist das wirklich so viel extrem anders in Spa? Absolut. Aber wenn du den Vergleich nimmst zum Nürburgring mit den ganzen Schalldämpfern, die da gefahren werden, das ist, das ist ein Witz. Und im Vergleich zu anderen Strecken, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also hast du doch einen Vergleich zu anderen Strecken mit GT-Fahrzeugen? Das liegt ja eigentlich nur an der Nordschreife an sich. Aber wenn die auf dem GP-Kurs auf dem Nürburgring fahren, ist das auch alles fein. Dann hören die sich auch zum Beispiel an, wenn da die GT World Challenge fährt, einfach wie ein Spa. Dann ist das alles gleich. Ah, okay. Das Problem ist halt einfach nur, wenn es auf die Nordschreife geht, hast du spezielle Regularien, die halt eingehalten werden müssen. Da hast du dann einen Topf in der Porsche. Da hörst du nichts. Gar nichts. Das fühlt sich dann wie ein E-Auto. Okay. Ja. Das ist leider traurig. Aber ist halt... Weil bei mir war es immer, also mein Wissensstand war immer, dass alle Strecken, also nicht, dass ich Noah das nicht geglaubt habe, dass alle Strecken in Europa sowieso Regularien haben. Aber dass das auf der Nordschreife so krass ist, das wusste ich persönlich nicht. Ja, das ist... Doch, das ist so, ja. Das haben sie sogar damals mit dem RSR irgendwann sogar so weit gebracht, dass sie halt die Regularien den RSR halt so weitergebracht haben, dass er zu laut war. Dann kam jetzt, glaube ich, 2020 oder 2019 sogar, es müsste 2019 gewesen sein, in der Superseason kam ja der RSR mit dem Sidepipe, also der RSR 19. Und das Ding war ja noch lauter. Und dann, äh... Ja. Haben sie ja wieder zurückgebaut. Ich glaube, 2021 oder doch, 2021 müsste das gewesen sein, gab es ja wieder den Rear Exhaust, RSR 19. Und da hat man auch definitiv gespürt, dass im Vergleich zum alten RSR im Vorbergängermodell, das von 2017 bis 2019 gefahren ist, die Lautstärke, die, finde ich, die voruntergegangen ist. Das war damals schon, äh, die GTE-Zeiten, damals also noch die C7 hattest, Corvettes, Aston Martin, Ford, BMW, Ferrari und alles drum und dran. Das war wirklich schon von der Lautstärke her absolut geil. Auch absolut penetrant für die Ohren, aber es war geil. Ja. Die waren in, äh... Die waren in Le Mans, die haben die auch schon geknallt. Ja, und damals, äh, mit dem Ford und mit dem RSR mit dem Alton war das noch krasser. Zumindest so das mit den GT-Fahrzeugen. Die, die LMD-Hs, die sind auch schon nicht ohne? Mhm. Also, wenn man so einen Caddy anzieht, dann, äh... Der kann auf jeden Fall was, ja. Ja, der ist, also, da standst du an der Dundup-Kehrer echt jedes Mal und dachtst du so, okay? Ja, absolut. Und wenn du denn mal so den neuen Ferrari beispielsweise dagegen hält, der ist jetzt nicht leise oder so, ne? Nee, nee. Aber es ist halt so vom Klang an sich her so nichts passes. Wo man so denkt, so das Ding, das ist es jetzt. Der ist... Aber es... Er hat, glaube ich, dieses Jahr auch ein Update bekommen. Er hat jetzt zum Beispiel noch irgendwelche Pops und Bangs beim Downshiften oder runterbremsen. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch nochmal ein anderes Klang mit als im Vergleich zum letzten Jahr. Ich hab ihn noch nicht gehört jetzt seitdem. Mhm. Aber das ist ja auch sehr interessant, was Ferrari sich dabei gedacht hat. Ja. Aber man hat ja, glaube ich, sogar denselben Motor wie im 296 GT3. Halt, glaube ich, ein bisschen mehr und halt noch Hybrid. Was ist denn so dein Lieblingsauto? GTE, GT3, LMDH? LMDH? Auf jeden Fall Cadillac. Absolut geile Schleuder. Guter Mann. Ich weiß gar nicht, wenn nächstes Jahr noch der Aston kommt, der Valkyrie. Mal gucken. Das ist mit V12. Glaube ich schon ein guter Konkurrent. GTE haben wir jetzt gar nicht mehr, aber ich würde irgendwie schon sagen, würde jetzt vielleicht sogar jeder sagen, Porsche. Aber ich würde sogar, glaube ich, sagen der Ford GT. Der Ford GT war damals sowas von geil. Das Ding sah einfach ultra barrial aus und hatte so ein exotisches Klangbild. Es war einfach, also von der Lautstrecke, wenn das Ding an dir vorbeigefahren ist, war das unfassbar laut. Okay. War irgendwie so richtig geil. So in der Anbremsphase, wenn du zum Beispiel Monza oder keine Ahnung, sag ich, einfach in jeder Anbremsphase, hat das nochmal so ein spezielles Geräusch gemacht. Das war einfach schon geil. Aber eigentlich so, wenn du darüber nachdenkst, so GTE war eigentlich jedes Auto geil. abgesehen jetzt vielleicht so vom 488 GTE, der war jetzt so ein bisschen boah. Und der Aston waren jetzt auch nicht so spektakulär. Zum Beispiel der alte Aston mit dem V8 ohne Turbo, der war auch noch ultra geil. Oder die alte Corvette. Aber auch die neue Corvette, die C8, die war auch ultra geil. Die hat mich letztes Jahr ein Spa richtig überrascht. Die hat auch richtig, richtig gescheppert beim Downshiften. Okay. Und dann haben wir noch GT3. Was haben wir da? Weil wir waren ja hier vor ein paar Tagen in zwei und da sind ja auch ein paar alte Karren gefahren. Die alten Z4, R8 Ultra, 458 GT3 und sowas. Ja, der Zeti, der hat auch nicht reingehämert. Aber, ja, ich würde sogar sagen, von den jetzigen, aktuellen GT3s sogar Mustang sagen. Oh! Ja. Okay, okay. Ich glaube, den V10 habe ich irgendwie so ein bisschen dicke. Wenn du den halt so seit 2017 da gefühlt jedes Jahr einfach höher so damals waren ja gefühlt so das halbe Feld einfach nur Lambo und Audi. Ja. Wenn die dann gefühlt so um 15er-Pack hinten durchgefeuert sind, wenn du unter der Tribüne saß, war halt schon, ja, irgendwie immer so dasselbe. Und so Mustang oder keine Ahnung was, war halt immer so so ein bisschen einzeln. Wie ist es so? Weil immer so das, worauf du dich irgendwie so jede Runde gefreut hast, wenn das Ding vorbeigefahren ist. Okay. Ja, ich bin aber irgendwie so ein bisschen traurig, dass RTC irgendwie so den Sound richtig fach. Aber da sind die irgendwie so seit letztem, sogar damals so einem GT4-Pack haben sie schon angefangen, um welche Sounds einfach zu kopieren. Ja, die sind nicht so angenehm, nee. Das stimmt schon. Kann iRacing auf jeden Fall besser. Ich hoffe, dass LMU das gut macht, weil LMU hat aktuell wirklich das beste Sound-Design. Absolut. Da bin ich auch sehr fasziniert. Das ist absolut geistesgestört. Kommt ja sogar diesen Monat, kommt ja dann noch ein Update, DLC. Ja. Ist auf jeden Fall Ebola dabei, wahrscheinlich der Alpine und der Lambo. Bin ich auch mal gespannt. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Hab ich auch schon gar nicht. Muss ich mal reingucken. Kann ich sogar jetzt machen. Ich hab letztens gerade, hab ich letztens gerade angehabt und es war wirklich sehr gut. Ja. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, mal wieder reinzugucken. Also es lohnt sich wirklich. Auf jeden Fall so ein paar Nächte her, dass ich das anhatte. Ja, ich hab's glaube ich 10. Mai. Ach du meine Güte. 10. Mai, ja gut, das ist wirklich schon lange her. Ja. Das ist tatsächlich schon lange her. Was fährst du selber? Was ist so dein Lieblingsauto in der ACC? ACC? Ja. Vielleicht, heißt vielleicht, so an sich würde ich sagen Aston. Bei Aston bin ich so am meisten gefahren. Aston bin ich damals eigentlich nur so gefahren seit 2020, 2021, weil eigentlich nur Aston einfach nichts anderes gefahren und es war halt einfach so ein harmonisches Fahren, was halt einfach irgendwie so im Kopf sich so richtig angefühlt hat und keine Ahnung, jedes Auto hat natürlich seine eigenen Stärken und Schwächen, anderes Klangbild, was auch immer, was halt noch zugehört. Ich glaube, ich hab mich nie mit irgendeinem anderen Auto irgendwie so wohlgefühlt wie damals mit dem Aston. Aston ist ein schönes Auto. Ja. Aber auch gern, wenn der neue Aston kommt. Da hab ich mich sehr drüber gefreut. Also nachdem sie ja angekündigt haben, dass sie nicht mehr wollen, dass sie jetzt doch wieder da sind. Ja. Finde ich schön. Ja, auf jeden Fall gern, wenn die noch was in den ACC bringen. Hat dich sogar dieses Jahr Aston gewonnen auf Spar? Ja. Tatsächlich. Bin negativ, ne? Ja, ja. Team Drudi und Sörensen. Aber die haben auch nur gewonnen, weil Ferrari beim letzten Pitstop aufgehalten wurde in der Box. Das war lustig. Dass nämlich ein Lamborghini, der schon mal im Rennen vor in der Boxengasse in der Einfahrt ausgerollt ist, ist dann wieder ausgerollt und dann ist Ferrari gerade zum Boxestop gefahren. Die hatten, glaube ich, irgendwie 30 oder 25 Sekunden Vorsprung. Sind sie halt reingefahren und konnten halt nicht durch. Dann standen die da knappe 50 Sekunden und haben dadurch den Sieg verloren. Oh no. Das wäre krass, wenn Ferrari das auch noch geholt hätte dieses Jahr. Ich muss ja sagen, der miese Schelm, der hat sich gefahren. Der miese Schelm? Ja, ich bin ja so Porsche und Aston Fan. Okay. Und so den Aston Sieg, den habe ich mir schon lange herbeigesehen. Weil immer so damals so knapp 2022 war es relativ knapp, 2022 auf dem Ring, beim 24er war es auch knapp, da lagen die sogar in Führung. Dann hätten das wahrscheinlich locker geholt, wenn nichts passiert wäre. Und dann sind sie ja einfach, ich glaube, irgendwie spät in der Nacht oder früh in der Nacht auf irgendeiner Ölschwur im Geigenkopf ausgerutscht und dann war da das Rennen vorbei. Ja. Wäre auch geil gewesen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn Aston noch Schleife holt. Hat Aston schon mal eine Schleife geholt? Ja, mit dem V12 damals. Ah, okay. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Wollte ich gerade sagen. Ja, das wird was. V12. Also wenn, dann müsste es schon wirklich sehr lange her sein. Ich glaube, es war damals dieser Bielstein-Eston, wenn mich nicht alles leuchtet. Aber ich kann da auch komplette Scheiße labern. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz. Vielleicht weiß es ja jemand aus den Kommentaren. Mönch, ja, Aston. Gamma geht rein. Ich habe wieder falsch gegoogelt, ja. Fand über mein Haupt. Wie kann man falsch googeln? Wenn man irgendeinen Schwachsinn ja eingibt. Ich hätte auch einfach Siege eingehen können. Das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen leichter gewesen. Aston-Martens Siege wäre einfacher gewesen, ja. Hätte auch Aston-Martens Siege-Nordschleife eingehen können. Ja. Das ist ein Punkt. Sogar damals sogar der Lexus-Sieg. Lexus 2016 in der VLN haben sie einmal gewonnen. Ah, in der VLN, aber kein 24er. Ne, ne. 24er sind die ja nie mitgefahren. 2019 sind die mitgefahren. Glaub ich, das erste letzte Mal mit Kondo-Racing. Ne, Kondo-Racing war Nissan. Ah, egal. Aber 2019 war wirklich geil. Kam dann auf einmal wieder so aus dem Nichts kam dann auf einmal wieder Nissan und dann hat sie noch ein Lexus-Sort. Das waren so die Exoten, die so richtig geil waren. Und der Lexus damals auf der Schleife, der war schon geil. Ja, das wünschte ich mir auch, dass so ein bisschen mehr die asiatischen Fahrzeuge nach Europa kommen würden. Ja, also der Honda läuft jetzt glaube ich auch raus. Glaube ich nicht, dass die doch irgendwas Neues bringen. Ja, genau. Lexus, nächstem oder übernächsten Jahr, die haben ja gerade das neue Auto in Entwicklung, wurde ja auch schon in Spa gespottet, das ist auch auf jeden Fall ein geiles Ding. Und wenn die das so machen wie mit dem Lexus damals, kann ich mir vielleicht wieder vorstellen, dass die zum Testen auf die Schleife kommen. Wäre geil. Die haben ja damals mit dem RCF-Prototypen sind die ja damals immer VLN mitgefahren. Ja. Das wäre geil, wenn sie das auf jeden Fall machen. Toyota würde ich eigentlich auch gerne mal sehen wieder. Also was heißt hier? Toyota ist ja mit Lexus. Ja, aber halt ein Toyota Toyota im GT3. Ja, na gut, die fahren ja in der Super GT im GT300, aber das sind ja gefühlt eigentlich mehr oder weniger eher Eigenbauten. Ja, die haben ja auch geile Autos da. Ja, also der Asia, es geht richtig nach vorne, Alter. Ja. Da sind richtig schicke Autos unterwegs. Den Bentley vermisse ich. Oh. Der Bentley war immer richtig geil. Kamal, du wirst mir immer sympathischer. Ich vermisse das Eisenschwein so sehr. Das ist sogar hier gefahren. Also nicht die 2018er Version oder den Evo, sondern die 2015er. Ja. Ist dann ins Spa gefahren bei diesem Oldtimer-Ding da. War auch wieder geil. Oh, ich entsinne mich noch so sehr an das wunderschöne Rennen in Barthurst mit der 108 und der 107, als sie ihr letztes Rennen gefahren sind. Und die haben richtig, richtig gerockt, die Bude. Bertha's letzte Rennen sind die 2020 gefahren. Ja, und das haben die richtig gerockt. Das hat, glaube ich, die 7 gewonnen. Jordan Pepper. Oh, das war richtig schön. 2020 wäre so ein geiles Jahr geworden für IGTC. Dann kam Corona, hat alles vernichtet. vielleicht kommt Bente auch nochmal wieder. Ich meine, Esten hat auch gesagt, so, wir gehen jetzt und sind nochmal wiedergekommen. Im GT Puga meine ich nicht, ne. war es Essen? Ja. Hat Esten nicht gesagt gehabt, dass sie sich auf die Dings konzentrieren wollen? Auf die, auf das Hypercar? Oder bin ich da jetzt gerade falsch? Ne, die haben ja das Hypercar verworfen. Die haben das Hypercar verworfen, um sich auf die Formel 1 zu konzentrieren. Die haben ja, glaube ich, am Anfang vom Hypercar-Reglement gesagt, wir steigen ein in die WC. Ja. Und das haben die dann verworfen aufgrund der Formel 1 und dann haben sie ja letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, angekündigt, dass sie wieder einsteigen. Aber den Kundensport, so GT3, GT4 und sowas, haben sie nie verworfen. Dann, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist vielleicht irgendwo mich falsch abgewogen. Audi, Audi hat das gemacht. Audi, die sind ja komplett rausgegangen. Den, den wünsche ich irgendwie auch eigentlich nichts Gutes in der Formel 1 für den Move. Ja, die sind ja wirklich komplett weg, ne? Absolut. Gar nichts mehr. Rote Rose. Ja, die meisten gehen ja jetzt rüber zu Lamborghini. An der Stelle. Habe ich auch mal gespannt. Also die letzten, jetzt ist ja DTM sind ja auch die letzten Rennstelle mit Audi. Wahrscheinlich dieses Jahr. Mal gucken. Ja, nach diesem Jahr wird, glaube ich, gar nicht mehr viel los sein. Vielleicht hier und da haben wir vielleicht in Asien oder so. So, Asien ist irgendwie nochmal was anderes. Also Europa ist, glaube ich nicht, dass da nächstes Jahr irgendwie noch viel geht. Naja, ich bin mal gespannt, ob noch weitere Forts kommen und die Corvette. Würde ich auch sehen, die Corvette irgendwie mit so einer fünftigen Werksbesatzung in der GT World Challenge und beim 24er Anspar. Das ist, glaube ich, auch was. Das ist in iRacing übrigens ein sehr schwer zu fahrenes Auto. Echt? Ja, damit komme ich gar nicht klar. Also das Ding, also in iRacing hat das Ding eine Bremse, als wenn du einen Anker wirfst. Und bloß nicht zu viel bremsen. Instant Arsch weg. Tschüss. Also ich tue mich da richtig, richtig schwer mit dem Auto, muss ich sagen. Wow. Komme ich auch gar nicht auf Pace mit. Wie läuft es mit dem Mustang? Okay, würde ich sagen. Fährt sich gut. Also der ist halt übel punchig im ersten Gang, ne? Also da ist halt richtig Druck auf dem Kessel, wenn du da im ersten Gang loslegst. Absolut. Ja. Also ist schon ein schönes Auto. Sind beide schöne Autos. Aber die Corvette, ich weiß nicht, wie die im Real Life so klingt, aber die ist wirklich sehr enttäuschend in iRacing. Also man hätte sich was Besseres gewünscht, bin ich ehrlich. aber hübsch ist das Auto. Absolut, definitiv. Da kann man nichts gegen sagen. Nee, also das ist wirklich eine ganz hübsche, die Wette. Hm. Uh. Jetzt sind wir so abgeschweift und du hast vorhin noch gesagt, oh Dizzy, äh, boah, ich bin ja eigentlich nicht so der Räder, ne? Aber wir sind halt schon eine Stunde zehn drin. Stunde zehn? Ja, perfekt. Wir sind eine Stunde zehn drin und haben uns über den Motorsport unterhalten. Das ist doch was Schönes. Ich finde, ich finde das auch sehr schön. Ich hatte so ein bisschen zwischendrin meine Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir gedacht habe, boah, der muss ja wirklich alles aus der Nase ziehen. Aber dann haben wir den Joker gezogen und ich glaube, wir haben deinen Joker gefunden. Wenn man mit dir reden, wenn man mit dir reden möchte, einfach über Motorsport reden. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Und ich finde es echt bemerkenswert, wie viel Enthusiasmus du dafür mitbringst. Und vor allen Dingen, weil du ja auch relativ jung und frisch da drin bist. Also jetzt unabhängig von deinem Alter und realen Leben, sondern dass du wirklich frisch da auch drin bist. So richtig frisch. Aber eigentlich so an sich frisch eigentlich gar nicht mehr. Also MotoGP frisch, ja. Aber so WC, Formel 1 oder GT-Rennen eigentlich nicht frisch. Da bin ich schon lange rein. Naja, aber das so, sagen wir, formulieren wir das mal um, dass du da ein bisschen neue Sachen mit reinbringst und da frisch drin bist wie MotoGP. Wie sieht die Nesca aus? Nesca muss ich tatsächlich sagen, gar nicht. Aber hab ich, glaube ich, noch nie ein Rennen ganz gesehen. Noch nie. Okay. Aber ist jetzt auch nicht so, wie zum Beispiel viele klischee-mäßig sagen, so Nesca, da fahren nur Amateure, die fahren sowieso nur im Kreis oder so. Das ist komplette Scheiße. So bin ich jetzt nicht. Aber ich bin jetzt irgendwie noch nie so dazu gekommen, dass ich mir gesagt habe, so schau ich mir jetzt an. Okay. Aber vielleicht, keine Ahnung. Haben hier und da mal, so Biermann und so, schauen sich ja auch ab und zu mal Nesca an und essen dabei nebenbei was. Vielleicht bin ich auch mal dabei und keine Ahnung. Ey, wir gucken jeden Freund einen Tag. Das ist, glaube ich, immer ganz viel Action. Alter, so, ganz ehrlich, hättest du mir vor vielen Jahren gesagt so, du guckst irgendwann mal Nesca, ich sag, na klar. Natürlich. Aber es ist schon, es ist auch wirklich ein sehr fantastischer Rennsport, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei wir gerade sagen, ich hab, glaube ich, einmal so ein Road-Kurs-Rennen gesehen. Ja. Ich hab da Shane van Giswegen das erste Mal gefahren und auch gewonnen hat. Das hab ich tatsächlich gesehen, ja. Aber sonst so, die Rennen, äh, nicht. Das find ich sehr interessant, dass der auch mitfährt, äh, der Herr. Ja, nachdem man die V-Supercars Series komplett dominiert hat. Ja. Das ist auch ne geile V-Supercars, obwohl die sich jetzt irgendwie im Reglement ein bisschen in die Hose gefissen haben. Das, äh, hab ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm mit den Supercars. Aber das sind ja meistens die Stadtkurse, ne, wo richtig Action ist. Na. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich fand auch auf jeden Fall herkömmliche Rennstrecken, aber auch viele Stadtkurse, ja. Ja, okay, gut, denn von da kriegt man ja ab und zu mal Highlights, wenn die da so quasi auf zwei Rädern irgendwie übergehen. Ja, ja, so komplett über die Schikane daheim an. Das ist wirklich krass, was die Autos da, äh, machen. Ja, scheint mir auch eine sehr schöne Rennseheizung. Das ist Australien, oder? Ja, ne? Ja, ja. Ja, genau. Da muss man mal gucken, ob man sich da auch nochmal irgendwie reinwühlt. Das ist ja schon echt wild, was die da machen. Ja. Gab's auf jeden Fall schon viele geile Rennen. Sag mal. Ja. Kennst du das Minigame aus dem Podcast? Ne. Kennst du nicht? Ne. Wir haben hier... Dann muss ich dich jetzt enttäuschen. Ne, ist auch nicht schlimm. Also, ist alles gut. Wir haben hier ein Minigame. Und das sieht, äh, wie folgt aus. Wir haben ja so die, äh, ein oder andere Challenge mit anderen, ähm, Gästen gehabt. Die betteln sich immer in den Kommentaren. Mhm. So hat zum Beispiel sich, ähm, Tim Heinemann 264 Kommentare gewünscht. Und, äh, Mabix hat 311 Kommentare sich gewünscht. Und die haben sich quasi so ein bisschen gebettelt. Noah war auch mit dabei, mit, Oh, jetzt müsste ich lügen. Wie viel hatte Noah? 193? Ich glaube, 193 hatte Noah. Und, ähm, ich würde das sehr begrüßen, wenn du mir mal einfach so eine Zahl sagst, was du denkst, was wir erreichen in den Kommentaren. 131. 131? Okay. Wir haben sogar gestern mit Shiro, Shiro ja als alter Renningenieur, äh, haben wir sogar Kategorien jetzt angeschafft, weil, ich sag mal so, Mabix und Noah müssen wir mal ein bisschen ausklammern, als Content Creator. Und, ähm, 131, da wärst du in deiner, ich würde mal sagen, in deiner Kategorie wärst du weit. Vorne. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit aus dem Fenster gegangen. Aber ich wollte irgendwie so die 31 mitrauen. und die 31 irgendwie so, ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Also, Shiro hat gesagt 101. Und René von Unicorns of Love waren 100. Also, du würdest quasi diese, ich sag mal, ich nenn's jetzt einfach mal diese Underdog-Klasse, ne, weil du bist ja jetzt, würde ich mal, nimm's mir bitte nicht übel, aber auch nicht der bekannteste von allen. Würdest du die Underdog-Kategorie anführen? Doch. Äh, dann, dann nehm ich das. 131? Mauer. Du gehst, du gehst für den Sieg. Meine Damen und Herren da draußen, sie haben's gehört, 131 für Gambal, wenn sie Gambal in der Underdog-Kategorie auf dem Podium sehen wollen. Ich bin gespannt. Aber du hast den Vorteil, du kannst dir ganz kurz mal bei Mabix und bei Noah anrufen und denen sagen, ich hab da einen Plan, ich brauch mal eure Hilfe. Ja. Könntest du theoretisch machen, du hast, du kannst die Joker-Karte spielen. Shiro spielt übrigens auch. Ach, Shiro, der spielt Chilis. Stimmt das? Ach ja. Ja. All right, all right. Und da mal ein bisschen, ich geh da mal nicht zu weit drauf ein. Ne, musst du auch nicht, wir wollen ja nicht, dass Team intern irgendwie, ne, du weißt ja, wie es ist. Shiro ist also ein Spieler, ich merke mir das im Hinterkopf für die nächste Folge mit Shiro, diesen Satz. Und dann frage ich mal ganz unverblümt nach. Mhm. Gampal, es ist jetzt so, dass im Podcast schließt der Gast quasi ab. Das heißt, du wirst die letzten Worte haben und ich werde jetzt hier das Ende sozusagen einleiten und du machst das Ding ganz schmuf, fährst du das auf den Parkplatz rein. Mhm. Schön, dass du da warst heute. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, auch wenn wir einen Großteil über Motorsport gesprochen haben. Aber ich hatte so das Gefühl und das hat man so an deinem Lächeln gesehen, dass du dabei sehr viel Spaß hattest und ich auch, weil irgendwie kommt das manchmal ein bisschen zu kurz, dass man sich auch über solche Dinge mal unterhält und du scheinst mir da ein Big Brain zu sein. Und vielleicht irgendwann mal gucken wir zusammen mal Nesca und dann kann ich dir vielleicht die Faszination Nesca mal nahe bringen und dann gucke ich mit dir irgendwann mal oder komm mit dir einfach mal zur Nordschleife, weil ich war noch nie an der Nordschleife. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Ding. Das wäre vielleicht so ein Deal, den wir mal machen könnten. Das wäre wirklich geil. Ich wünsche dir persönlich von ganzem Herzen sehr viel Erfolg für dein Jahr. Vielen Dank. Und dass du deine Passionen quasi noch weiter nach vorne treiben kannst und das erreichst, was du dir vielleicht vorgenommen hast. Und schöne Grüße gehen raus an deine Eltern, falls die das hier gucken. Ihr seid tatsächlich fantastische Eltern, dass ihr eurem Sohn sowas möglich macht. Das war in meinem Alter, als ich klein war, gab es sowas nicht. Und das ist echt cool zu hören, dass es sowas gibt. Und ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch eine zweite machen. Und jetzt möchte ich dir das Mikrofon übergeben, dass du den Laden hier schließen kannst. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch dafür, dass ich hier sein durfte. Mir hat es auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal über dieses Motorsport-Thema weiter zu sprechen mit anderen Leuten, mit denen man jetzt irgendwie nicht sonst so häufig spricht. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, habt eine schöne Zeit im RIG, falls ihr alle Simracer seid. Ich gehe mal davon aus, dass der Großteil auch Simracer ist. Habt Spaß auf der Strecke, macht das, was euch Spaß macht. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und macht's. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.